Servus, der Marc von Business to Wien ist hier und bei mir ist die Luise aus Berlin. Genau. Willkommen in Wien. Du hast guten Grund, du hast ein bisschen verfuschte Ohren und dann alles besser gemacht. Wir machen auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt auf dem linken Ohr, nämlich eine 4er Kombi. Wir machen einen Tragos und 3 Flat, wo eins eigentlich schon so Richtung Schermannpunkt geht, leicht gebogen, seht ihr gleich von der Snackfart nach oben, rund verlaufen. Wir haben das schon dreimal angezeigt, weil es mir nicht gefallen hat, dir nicht und so weiter. Ich bin bei sowas sehr genau und messe sowas ganz genau aus. Ich zeige das nicht mehr in jedem Video, aber zum Beispiel, wir nehmen dann ein spezielles Tool, wo wir genaue Measurements nehmen können. Das ist alles, also das war dir auch wichtig. Ich mache die Videos mal ein wenig kürzer, das ist eigentlich nur noch das fertige Ergebnis und der Anwendung, den Weg dahin. Nasen ein bisschen überlegen wir uns noch mit Weißbeutring, hinterher auf der rechten Seite dazu. Gut, jetzt soviel Interdruction. Wie möchtest du es schaffen? Kragos zuerst, zuerst die 3, weil die Leute einfach Angst vor einem speziell und dann sagen ich, komm, machen wir schlafen wir lange. Machen wir die 3 hier oben. Gut, gut. So. Was machst du sonst zu, Luise? Ich bin Heiler zu Pfleger. Was bist du? Heiler zu Pfleger. Da arbeite ich mit Menschen, die ihre Beeinträchtigung haben. Und ich bin noch Botschafter für ein anderes Thema, für FASD. Das ist das vitale Alkoholsyndrom. Das passiert, wenn die Mütter in der Schwangerschaft Alkohol trinken. Und ich bin selbst betroffen und kläre jetzt darüber auf. Also, wie heißt es aus? Langsam machen wie? FASD, das vitale Alkoholsyndrom. Genau, okay. Fetales Alkoholsyndrom. Das heißt, die Mutter hat getrunken. In der Schwangerschaft. Aber richtig viel, oder? Es reicht schon ein Tropfen eigentlich. Wirklich? Ja, das ist ganz schlimm und das wissen die Allerwesen. Ich bin froh, dass meine Frau, die hat schon vor der Schwangerwerder, die schon aufgewählt Alkohol trinken, hat sie alles akribisch geplant und Dinge und ja, keine Paracetamolen mehr und und das auch durchgezogen bis nach dem Stillen sogar. Also, aber im Endeffekt gut dann. Ja. Weil ich kenne viele, die hat doch mal so ein Gläschen, so ein kleines. Genau, deswegen klären wir auch. Okay, aber du siehst jetzt ganz normal aus. Ja, das sagen wir. Oder greifst du nachts den Hammer an? Nein. Das kann aber auch andere Ursachen haben, ne? Nein, ich bin halt kleiner, das ist mit einem Grund. Ja, du bist klein. Das hat mir auch gefallen. Aber ist ja süß. Aber ist das wirklich ein Grund? Das ist ein Grund von dem Alkohol in der Schwangerschaft. Okay. Also was, so genau, wenn du sagst so fünf Punkte? Kann man so generell sagen, was immer so ähnlich ist? Kleiner, Herbstfehler, irgendwas, nein? Naja, halt kleiner Kopf und die Ohren sind kleiner, weil am meisten... Also meistens alles etwas kleiner? Genau. Und da reicht ein Schluck? Genau. Wenn man zum falschen Zeitpunkt trinkt, ja. Und den Zeitpunkt weiß man nie. Okay, also du kannst es nicht sagen, in den ersten zwölf Wochen darfst du was trinken? Nee, gar nicht. Nein. Man soll einfach, wenn man scheinbar werden will, gar nicht mehr trinken. Ja, ich finde es auch besser. Ich könnte es dir ja nicht vorstellen, dass wir noch nicht zu wenig. Ja, man trinkt einfach gerne. Genau. Bierchen. Das steckt. Ein Saladiesel zum Anschluss. Das gibt wohl jetzt ein Glas ganz ertrinken. Einmal Lippen. Krass, ja. Ja, aber das ist leider... Aber es gibt halt auch harte Fälle, die haben echt eine geistige Belohnung zum Rollstuhl. Ringen einmal auf? Ja. Boah. Also das ist schon... Also das tut mir... Finde ich ganz toll, dass du das machst. Mhm. Ähm... Na, bin noch gekommen. Also ich weiß nicht, was ich z.B. auch nicht gut finde. Wenn die Mütter z.B. halt auch... Ja, das habe ich sehr, sehr oft gehabt bei mir im Studio. Ja. Ich weiß nicht, ob das so schlimm ist wie Alkohol? Man soll einfach alles lassen. Ja, eh. Aber... Aber... Ich habe z.B. gedacht, das ist auch schlimmer als Alkohol. Nee, das ist wirklich... Krass, hätte ich nicht geglaubt, John. Siehst du? Nee, der Alkohol ist wirklich... Krass. Ja, und ähm... Was ich ganz schlimm finde, ist halt, das habe ich letztens wieder gesehen auf der Straße. Mutter halt schwanger, Bauch und Junkie voll zugedröhnt. Läuft sich die Majorstraße runter, so wird sich keiner mehr umachten. Man hat immer die Kinder kommen ja schon mit Entzugserscheinungen auf die Räder, ne? Boah, das finde ich halt... Man macht einen Kalten dazu ganz wenig, wenn man das Ganze durchmacht. Ja, das ist logisch, ne? Ja. Aber trotzdem haben die sich natürlich auch voll geschickt. Na klar, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann nicht spurlos eine vorbeigehen. Also das ist... Ich finde so etwas ganz Schlimmes. Ich weiß nicht... Ich finde... Ich finde es radikal, aber ich finde... Ich finde ganz ehrlich, da müsste man schon fast drüber nachdenken, halt Schadenersatz oder Strafe... So eine Strafe stellen, ja? Weil wenn ich jetzt vor meiner Tochter Alkohol zu trinken gebe, ja? Dann kommt es Jugendamt und dann irgendeiner sagt, das Beziehungsberechtigung ist weg. Ja. Das Kind kommt weg und am Schluss, wenn das Kind einen Schaden hat, dann heißt es noch... Konventionellnis oder Körperverletzungsdelikt und Kriegerstrafe aufgepumpt. Wenn ich es bei einem Baby im Bauch mache, scheint es scheißegal zu sein. Ja. Und das hat ja die gleiche Rechte. Ja, das ist... Und ja, die Frauenärzte sind halt auch gar nicht aufgeklärt. Die sagen ja eigentlich immer noch, von dem man Kreis auf Boden trinkt, ruhig mal ein Glas Rotwein. Ja. Also ich wollte es gerade sagen, ich glaube den Spruch habe ich schon öfters mal gehört, so... Ja, am Geburtstag können Sie mal ein Gläschen Sekt gehen schon. Das geht leider gar nicht. Ja, wahrscheinlich. In 99 Prozent der Fälle halt schon, oder? 90,9. Ja. Aber der eine hat halt Pech, ne? Du sagst, das ist dieses Zeitpunkt-Thema. Und wenn du das nicht weißt, das hat ein Risiko, das willst du dir nicht eingehen. Nee. Komisch. Ja, krass. Schlimmlich. Und wie kommt man dann darauf, dass das daran liegt? Sagst du, du sagst, ich bin so klein und sagst, deine Mutter hat Alkohol getrunken, oder was? Oder wie? Nee, es gibt zum Glück einen speziellen Arzt, der hat unsere Eltern dann, oder unseren Pflegeeltern, besser gesagt, das dann aufgeklärt. Ja, nee, das wurde ja auch schon... Das Jugendamt hat ja auch schon quasi unseren Pflegeeltern gesagt, dass man da bei uns speziell, weil ich habe noch mal Zwillingsfesse, dass man da noch mal speziell abrücken sollte. Kann man das prüfen über den Test? Ja, es gibt. Also nachher, wenn du jetzt sagen, hey, ich bin klein und wenn jetzt einer sieht, bei Ihnen sagt, ich bin klein und möchte das wissen, kann man das checken? Kann man das checken? Ja, kann das stehen lassen. Was war ein Bluttest, irgendein spezieller? Nee, es gibt quasi so ein sogenannte S3, da kann der Arzt dann quasi an speziellen Parametern feststellen. Ob das ein... Genau. Aber eigentlich muss halt quasi der Mensch selber nur wissen, ob Alkohol nicht ins Spiel war, dann ist es eigentlich schon... Sicher. Und das wissen halt die meisten nicht. Also weil sie es einfach nicht ähm... Ja, aber kannst du dir auch viele Eltern, denen meine Frage ist, meine Mutter? Ja. Boah, es ist mega geworden, ist das geil geworden. Willst du es schon sehen? Ja, gerne. Sicher? Ja. Boah, ist das geil. Hammer. Oh, brutal. Oh ja, das ist echt schön. Das ist richtig schön geworden. Du zeigst immer mal, das ist richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Das ist echt schön. Ja, aber mega. Das klappt richtig. Das ist... Ich freue mich jetzt nicht, ob ich jedes Kissen mal gestechen habe. Ich mache mich schon, aber es ist halt okay, ja. Aber das ist... Manchmal, da siehst du jetzt so etwas vor, das ist ja wirklich toll aus. Und das Zweite, dass du arbeitest dann mit Menschen, mit Beeinträchtigung. Genau. Wie alt sind die dann? Na, die sind im Erwachsenenalter. Okay. Sprich, wo... Die... 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 Also meine sind so zwischen Ende 20 bis 61. Okay. Ja. Finde ich immer gut, solche Jobs. Das ist sehr löblich, wie man das kann und auch macht. Finde ich toll. Ja. Ja. Das ist echt zu warm. Ja. Jetzt ist die Frage... Frage. Ja. Nase. Soll ich es mir noch mal hinhalten kurz? Ja. Schau mal, ich spiele noch mal kurz hin. Er rutscht halt ein bisschen, bei der Zeit weiß Gott, er rutscht ein bisschen runter. Ich finde es, ganz ehrliche Meinung, nicht weil ich es jetzt aufquatschen will, aber ich finde es steht da echt gut. Ich weiß, die Frage ist mal so blöd, aber tut das mehr weh als... Also ganz ehrliche Meinung, wahrscheinlich, also ehrlich gesagt, nein. Das Nasen-Piercing ist sicherlich weniger schlimm, wie oben die Knorpel-Piercing. Das war das erste, glaube ich, der deswegen auch am Anfang gemacht hat, aber das war das Fieseste, das wusste ich schon. Aber natürlich ist es jetzt so, du bist jetzt an einem Punkt, dein Körper sagt gerade, eigentlich habe ich jetzt gerade genug. Das Gute ist, wenn du dir noch ein Ohr-Piercing lebst und ein fünftes Ohr-Piercing machst, dann sagst du, jetzt habe ich den Kanal voll. Nase ist zum Glück die andere Körperhälfte, also rechts. So wie du da siehst, wie du aussiehst, das schaffst du ganz sicher und dann ist erledigt. Aber klar, du spürst es, aber ich bin kein Friseur. Ne, ne, klar. Aber schaffen tust du es auf jeden Fall. Ich werde machen. Ich glaube, es ist cool, also nicht, weil ich es dir aufreden will, aber es steht dir gut, du bist aus Berlin hier. Weißt du, wenn du sagst, du kommst aus Wien, sagst du was, komm, komm nächste Woche vorbei, scheißegal. Ja, aber in dem Fall, glaube ich, würde ich es mitnehmen. Dann machen wir das noch kurz. Hat das auch mit Frühchen was zu tun, zum Beispiel? Nein. Wir sind also... Das sind wir zu früh, oder was? Drei Monate sind wir zu früh geboren. Okay. Weißt du wohl, es dauert nur noch ein Sekund. Aber man kann jetzt nicht sagen, jeder, der im Frühchen ist, könnte tendenziell das auch in der Fall werden, oder? Nein, nein. So. So. Irgendwas drin, fertig. Glück. Fertig. Augen auf. Sehr schön. So, warte, ich gebe dir nochmal einen Spiegel, den wir zu ganz schön haben. Ganz proaktiv. Wie sieht es aus? Wollen wir schon was? Wollen wir irgendwie... Taubenzucker? Echt schön. Da sieht man deine nicht optimalen Ohren. Und dann das schöne Nasenbiss hin und die perfekten Ohrmuscheln. Gut, meine Liebe. Ich erkläre dir mal kurz die Pflege. Dann wären wir mit dem ganzen Prozess ja soweit fertig. Du weißt, könnt ihr wahrscheinlich wieder desinfizieren? Ja. Dann entfülle ich heute den Sprayer und gehe. Du kennst das mal wie das eh. Wahrscheinlich ist das Zeug schon zu Hause. Wenn nicht, kann es dir gerne nicht. Ich nehme es auch genau an. Erster Schritt. Spray. Außen, vorne, hinten bei den Ohren spülen und Tragus innen und außen auch ruhige Hörgungen rein. Okay. Bei der Nase außen, innen. Dann mit einer Küchenrolle feucht bitte reinigen. Beide Seiten. Bei der Nase bitte außen, innen. Bei den Ohren auch vorne und hinten. Und Tragus eben auch. Dann kommt das G drauf. Tropfen vorne, hinten drauf. Da eben auch. Und das Ganze bisschen vor und zurück bewegen. Wir machen das drei Wochen bitte zweimal am Tag. Und dann drei Wochen einmal. Das ist sechs Wochen am Stück. Und in sechs Wochen sehen wir uns wieder hier zur Wechselung kontrollieren. Wenn du aus Wien bist, wenn du aus Berlin bist, dann machst du es halt woanders. Oder machst du es mit ihm zusammen selber. Das Nasenwissen wechseln wir nicht. Das ist jeweils gut. Die Ohrstecker würde ich mir schon kürzer machen. Wenn du mal ab willst. Ich habe Sondergrößen für sowas. Mach es vielleicht, dann nix die gleiche mit. Weil das sind so Special-Größen, die lassen uns extra anfälligen. Weil ich halt weiß. Für manche Business brauchst du nicht den normalen Klippwimmel. Und ein paar Spezialgrößen macht. Vielleicht sind es darüber nachzudenken. Nein, ich wollte nämlich auch die Ohren. Kannst gleich noch schauen. Haare färben. Sechs Wochen bitte nicht. Ich habe Schwimmen. Ich bin sehr schlau. Solare und Verzaunen an Schwimmen gehen zwei Wochen nicht. Bei Schwimmen. Wenn du ins Wasser gehst, ist bis hier alles okay. Wenn du sauchen willst, mehr Wasser, kein Problem. Sehen und Füße mit guter Wasser quasi auch kein Problem. Und so Chlorbäder oder so stehenden Tümpel, wo man nicht sicher ist, dann werde ich sauchen einfach nur bis hier rein. Und ich brauche. So, mit Fragen? Ist mir das klar? Super. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Kommen. Hat mich gefreut, dass du da warst. Danke fürs Video. Danke euch fürs Zuschauen. Das war jetzt doch drei, vier, fünf Mal auf einmal. Ist tapfer. Und dann hoffe ich, da warst du zufrieden. Auf jeden Fall. Danke euch. Tschüss Papa. So. Cool. T Spaß? Danke auch. Aktuellen! Nie. Ich habe ein시는 servicios Ja, Karten habe es gerneis. Bei more alles? Los附ôori! Ja?